Die Inflation in Österreich im Februar nimmt nur geringfügig ab. Nach dem Energiepreis für Energie müssen die Haushalte nun tiefer in die Tasche für Lebensmittel. Graben die Inflation in Österreich bleibt auf hohem Niveau und fiel im Februar nur geringfügig auf. 10,9% Im Vormonat hatte sie mit 11,2% das höchste Niveau seit 1952 erreicht.